Ich glaube jedes Mal wenn du da drauf drückst, wird ja der Mond anders. Ja, was soll uns das jetzt sagen? Oder warte. Warte, vielleicht ist das die, die, diese Timesettingens. Wenn Nacht ist, ich time, äh, 23.000, ne, weil bei Tag ist sie 0. Warte, 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 okay, was ist das hier? Das hier ist Nacht, was ist das? Das ist, äh, das ist zwischen, das ist, wenn es von Tag zu Nacht wird. Ja, das hier ist genau andersrum, da wird es von Nacht zu Tag und da ist Tag. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt drücke ich mal das, so, jetzt ist Nacht, ich glaube, dass wir die Reihenfolge da oben eintippen müssen. Hä, wie? Warte, jetzt ist ja Nacht, so, und jetzt guck mal die Reihenfolge an, 1, 2, 3, 4. So, in die Reihenfolge müssen wir, glaube ich, hier eintippen. Versteh ich? Wo eintippen? Wo eintippen? Hier in, in die Dinger da. In die, die... Hä, wie? Also die Reihenfolge, wo da oben immer aufleuchtet, dass wir da vielleicht die, die, die Knöpfe drücken müssen, in der Reihenfolge. Das heißt, ähm... Ah, ach so, jetzt, ich verstehe. Das heißt, so, halt, aus, nein, 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 halt, so, so... Du musst jetzt auf irgendeins machen. Nein, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Ich glaube, so, 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 und dann das da. No Time Parameter Set. Ah, leck mir doch die Eier, ey. Warte, das ist als erstes Nacht. Dann... Ich würde sagen, das ist das letzte. Nacht. Morgen. Vergiss es ja nicht. Warte, warte, lass mal. Da muss doch irgendwas passieren. Das Ding kann ich ja nicht verändern. Hat es was zu sagen, das ist so? Okay, warte, ich will nochmal angucken. Nacht. Warte, mit was beginnst du denn? Ich weiß nicht. Ah, 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 ah. Hä? Jetzt ist Nacht. Lol. Leckt es jetzt bei mir? Die Knöpfe hängen jetzt bei mir. Bei mir nicht. Ich kann dich auch nicht schlagen. Lol, okay. Ja, ich bin kurz raus. Okay. Ja, da stand gerade country, server, da ist wahrscheinlich server, lol. Okay. Oh, lol. Spieler ist gerade schon online, der will mich wohl verarschen. Äh, äh, okay. Hallo? Was ist denn der Unterschied zwischen... Ah, okay. Ich glaube, so, 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 so und dann das. Was? Warum? Boah. Was ist denn? Ich hab gedacht, ich hätte... Ich hab auch einen schlechten Pink gerade, also. Aber was sollen sie sagen? So, ich bin wieder da. Ich weiß ja nicht. Vielleicht müssen wir die Uhr drehen. Oh, warte, ich spring mal runter. Was hat die Karte zu sagen? Lol. Jetzt bist du tot. Ja. Warum bist du jetzt geläftet? So, jetzt warte. Was hat das zu sagen? Auf jeden Fall kann ich ja mit dem mittleren Knopf... Was muss ich da nochmal schreiben? MV... MVTP. Ich hab' weh. Ne. Lol. Ich weiß es nicht. Lol. Alter. Bist du schon wieder tot? Ja, mich hat's irgendwie... Runter... Ich fall da die ganze Zeit runter. Teleportier dich doch einfach zu mir. Und das... Das wär... Wo ist nacht? Hier ist nacht. Ne, hier ist Tag. Hey, wo ist jetzt nacht? Hier ist nacht. So, 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 so... Oh, Janis. So, 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 so. Jetzt? Weiß nicht. Das hat doch sicher was mit... Nachtisch. Was ist das denn für ne Time? Pfff, ich glaub' 20.000. Also, ist es 2. Was ist das für ne Dings? Pfff, keine Ahnung. Ich glaub' nicht, weil's sonst der fünfte Knopf, der ist ja sozusagen nicht besetzt. Ja, aber lol, wie soll das so? Check's nacht. Warum... Warum no Time Parameter Set? Was ist n... Was ist n... Time Parameter? Ja, Janis, am besten alle Knöpfe durchdrücken. Oder essig. Lass' es doch mal. Ich mach' doch nix. Oder müssen wir irgendwie was gleichzeitig drücken. Das ist eigentlich ne Einzelspielermöp. Kann man ja trotzdem was... No Time Parameter Set. Okay, lass' mich mal anders probieren. Lass' mich mal... So, so... So, 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 so probieren. Alter, ich glaub' du musst erst den Knopf in der Mitte. Meinsch? Ja. Das heißt... Knopf... Nein, 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 nein. Meine Fresse. Das ist aber scheiße, wenn man da runterfällt. Ja, deshalb frag' ich mich, wie wir hier rauskommen sollen. ja wir müssen uns dann halt wieder da und teleportieren wenn das jetzt auf dem server ist da können wir nicht einfach nur time parameter set was ich mit dem no time parameter set mit dem no time parameter set und mit dem hat es das hat doch boah was ich glaub mein internet spack gerade ein wenig das ist helle und das ist dunkle pass auf das ist ganz hell und es ist ganz dunkle wie war die reihenfolge nun mal hell dunkel okay so ich möchte gern nacht oder tag so 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 auch nicht oder so 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 war der time parameter war doch noch gar nicht